Nun kommen wir zum Warm-up. Das Ziel ist das Lösen der Fußsohle und Entspannung der Plantafaszie. Dafür darfst du dir einen Ball aussuchen, entweder ein Igelball oder ein Faszienball. Dann darfst du auf die Matte gehen und den Ball dir mal vorpositionieren. Dann starten wir mit dem rechten Fuß und du darfst deine Fußsohle entspannt abrollen. Ganz langsam vor und zurück und schau, ob du eine Stelle findest, die dir unangenehm ist. Findest du eine Stelle, dann bleib bewusst an der Stelle, bis sie für dich entspannt ist. Ist dies der Fall, darfst du das gleiche einmal mit dem linken Fuß durchführen. Wieder langsam die Fußsohle abrollen. Dabei soll die Fußsohle entspannen und wir wollen das Lösen der Plantafaszie erreichen. Such dir wieder eine Stelle, die für dich unangenehm ist und verharre. Und dann komm langsam wieder zurück.